So, er kommt seit der Riesklasse durch 130 Kilogramm. Hier auf der Warte für die RSG-Beitreinlauf, Maxi-Gernd-Huppel. Und für den Nachbarn zugegeben, Jürgen Spiegelhalter. Bruno Gött, ich freue mich. Jürgen Spiegelhalter Der Runde! Auf geht's! Warte! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Applaus 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 Nach links und besser. So, die Wahl. Nach links und besser. Nach links und besser. Nach links und besser. Schlechtes Lächter über den 1-Sieger, Praxin, Michael Rubel, für den 6-Sieger einen Applaus. Vielen Dank.